So, da sind wir wieder, zurück bei Stalker 2. Ich alter Loot Goblin. Ich werde überhaupt nicht geblendet von meinem Chat. Es ist wie immer live, let's play auf Twitch gestreamt, auf YouTube-Nacht habe ich hochgeladen für euch. Ihr wisst Bescheid. Ich muss schon wieder was essen, wie hungrig ist mein Charakter denn? Er ist wahrscheinlich noch sehr hungrig, weil er so viel Last von der letzten Folge hier hinschleppen musste. Beide mal, ich hab gar nicht geguckt, wie viel Geld wir haben. 7.000, nachdem wir das repariert hatten für, glaube ich, irgendwie 13.000. Aber warum hab ich den eigentlich noch dabei? Wisst ihr was? Ich will die Waffe jetzt ausprobieren. Und zwar kaufen wir den. Und dann machen wir schnell folgendes. Zack. Zack. Das kann hier rein. Dann kann die Schrotflimpen-Money auch hier rein. Auch hier rein. Und dann nehmen wir... Das ist MP-Munition. Stimmt das überhaupt? Nein, die 18er ist MP-Munition. So ein Quark wieder von mir. Wo wollen wir sie denn? Das ist die 19er, 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 18er. Davon nehmen wir mal schnell... 60 Schuss mit. Und dann die 5er. Dann nehmen wir alles mit. Die 5.56er. Die 5.56er. Und dann arbeiten wir mal damit. Kommt wahrscheinlich vom Spieler, der auch so viel Hunger hat. Das stimmt gar nicht. Ich hab gar nicht viel Hunger. Das könnte noch seine Probleme werden. Okay. Also was schon mal cool ist... Die Waffe sieht ja schon mal mega aus, ne? Ehrlich. Ist hier jemand... Oh. Ah, die sind... Die sind draufgegangen vom Sturm. Der Sturm... In der letzten Folge gab es einen fetten Sturm. Die, die auf Twitch zugeschaut haben, die... wissen, von welchem Sturm ich rede. Und die Waffen sind wohl draufgegangen, als der Sturm kam, ne? Und, äh... Weil ich nicht aus meiner Haut kann, muss ich natürlich alles looten. Ich bin so ein Geier. Es ist... Es ist nicht okay. Ich bin so ein Scheißgeier. Holy Cow. Oh, ich kann mir nicht helfen. Warum? 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 Okay, auch der Mann. Aber wäre schade. Ich kann den Loot ja auch nicht liegen lassen, oder? Ist ja irgendwie auch nicht okay, wenn ich den Loot einfach liegen lassen. Man muss es... Man muss es ja auch mal so sehen, ne? Die Waffen... Die Waffen würden ja sonst nicht mehr... Nicht mehr für gute Sachen gebraucht werden. Ich habe wieder was für dich. Ich habe ein Problem, Chad. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Ah, es ist ja... Ui. Hi. Ich finde es sehr schade, dass sie keine 5.5er hat. Ja, ja. I am... Jederzeit wieder. So. Ähm... Nachdem wir in der letzten Folge sehr viel hier hingeschleppt haben... Und wir jetzt gerade noch mal schnell aufgeräumt haben. Warte mal schnell. Weil euch habe ich doch gar noch nicht mitgenommen, oder? Warte mal, die habe ich. Dann müssen wir jetzt hier hin. Dann müssen wir jetzt hier hin. Ich bin mir übrigens am überlegen, ob ich die Arca noch verbessern soll. Ich meine, die leisten mir bis jetzt echt gute Dienste. Überlegen wir das noch währenddessen. So, mein guter. Hier sind die Schlüsse. Sag, was Sache ist. So. Habt ihr eine Chance, sich um dich herumschauen? Das ist, wie wir es hier herumschauen. Okay. Die Regeln sind genug. Keine Schäden, keine Schäden, keine Schäden. Und keine Diskussionen werden außerhalb des Spiels. Und ein Tipp von mir. Nicht zu nahe zu den Wärten. Sie sehen dich nicht als ein Mensch, sondern ein Werk. Und wie du gut wirst, Werkzeuge sind zuverlässig. Was kannst du mir über Silesia erzählen? Ich habe die Kugel und Kugel für dieses Ort. Erst gegen Monolith, dann gegen die Schlagheap-Skumbag. Genesis, hast du Grafikabdeck gemacht? Mutants und Anomalyse sind Bullshit, mein Junge. Du wirst das schnell genug herausfinden. Das die gefährliche Sache in der Zone sind andere Menschen. Wir könnten nicht alle beste Freunde hier in Silesia sein, aber wir sind sicher, dass wir auch keine Schäden sind. Okay, wisst ihr, was mich beunruhigt? Wie er sein Essen festhält. Als ob ihm das jemand klauen will. Okay, also die Kacke geht gerade, die Kacke geht gerade richtig los hier, ne? Wolle ich das jetzt? Das ist das mit den Strahlungsschildern. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie so... Blaster hier. Trotoff war nicht bluffing. Die oberste Checkpointe sind alle klar. Also, ich mache meinen Weg nach den Kardon. Dann war es fast der Satton. Um uns mit Beard zu treffen. Ja, 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 warte, 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 schnell. Eigentlich wollte ich noch... in der Mastiff, die verlorenen Jungs. Ich bin... Hatten wir das nicht gemacht? Ich bin doch da rein und das hatten wir doch gemacht. Ich bin so verwirrt. Verlasse die ruhige Zone über den nördlichen Wachbosten. Das machen wir gleich. Aber ich will die Nebenmission da noch machen, oder? Oder was meint die Chat? Die machen wir noch. Ich meinte, wir hätten den gefunden, aber irgendwie... Dass der Lootfinger in der Stadt ist. Der ganze Loot hat mich abgelenkt. Ja! Oh, ich muss aufpassen. Ich hätte vielleicht noch schlafen sollen, bevor ich los bin. Das wäre unter Umständen smarter gewesen. Entschuldigung. Was? Abschied von einem gefallenen Stalker. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so happy damit, jetzt hier alle Nachrichten zu lesen. Ich renne da jetzt trotzdem hin. Bin ich sicher, ob ich rechts was höre. Ach so, die Mission ist eins weiter. Hier oben haben wir den ganzen Loot mitgenommen. Ich könnte eigentlich noch den Rest holen, den ich vergessen habe. Die laufen jetzt zur Nebenmission. Okay. Ich will da jetzt hin, ich will Mäste finden. Und dann haben wir hier die wichtigsten Nebenmissionen, glaube ich, gemacht, oder zumindest sieht nach allem aus und dann können wir rüber ins nächste Gebiet, weil ich bin neugierig. Und da sind Hoden da. Ich schiesse erst, wenn sie auf mich zurennen. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig. Ich hab schon wieder Hunger, was ist denn los mit mir? Gesperrt. So kommen wir nicht rein. Hundemörder? Die greifen mich an, das war Notwehr. Was ist denn los mit euch? Mann, Mann, Mann. Wo ist der Eingangswandel? Okay, da kommen unten durch, offensichtlich. Das heißt, wenn wir hier reingehen, können wir wahrscheinlich an der anderen Stelle raus. Nichts. 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 Auch gesperrt. Die Ebene ist geöffnet. Okay, ich verstehe. Nichts. Ich kann das Schärfe etwas herunterschrauben, wenn das Game das anmietet. Äh, das geht, müsste gehen. Also das geht beides. Ich habe bei mir die Schatten und den Himmel etwas heruntergeschraubt. Weil ich mir dachte, dass er vielleicht sinnlos viel Ressourcen verbraucht, wenn dem Himmel die ganze Zeit die Sachen schön berechnen muss. Und ich achte mich eh nicht groß auf den Himmel. Ich kann deine Lichter auf den Seelen der braven Soldaten schreien, die ihr Leben in Service zu deinem Willen gegeben haben. Ich will keine fancy Wochen haben. Kann, kann darauf verzichten. Da ist Mastiff. Irgendwie ist es gerade nicht so gut. Zuerst mal schnell mit dem oben reden. Was ist das mit ihm passiert? Was hast du gemacht mit dem Mastiff? Er wurde verletzt. Er hat nicht eine Chance ohne meine Hilfe. Ich habe ihn hier und verletzte seine Wände. Keine Angst, dein Freund wird leben. Du sagst, wenn du fährst zurückzuschießen. Nein. Du sollst weg, Stalker. Ich will nicht, dass jemanden schrauben. Aber diese Leute sind aus meinem Blut. Hä? Warte, aber... Ich will helfen. Scheiße. Die kommen gleich rein. Wäre echt zu sein, will ich das nicht öffnen? Also wenn sie sagen, da ist eine Öffnung, dann müssten die eigentlich gleich kommen hier, ne? Oh Gott, der ist besessen. Er schwebt. Ich weiß nicht, ob ich die einfach abknallen will. Ich weiß nicht, ob ich die einfach abknallen will. Ich weiß nicht, ob ich die einfach abknallen will. Du hast zu sprechen, er ist in der Back of the Building. Was machst du hier? Es ist ein Mann, der Leithling in das Gebäude. Er hat einen Mastiff's-Mann und hat ihn hier gebracht. Und jetzt ist er wie ein Wettbewerb. Wir müssen den Schein herunterladen. Du kannst weder rauskommen, oder in die Linie kommen. Wir werden das Ort aufbauen. Ich suche nach Mastiff. Saturday liegt falsch. Ich glaube, er liegt falsch. Ich habe ihn geschehen, Mastiff. Was bist du mit, Mann? Du bist wahrscheinlich schlugst Mastiff into ein Zombie. Du bist nur noch Zeit. Du musst in der Kahoots mit einem Monolithium. Die, scum-back! Was? 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 Bin ich sicher wer zu wem gehört. Ok, Reden hat wohl nicht viel gebracht, he? Bisschen, bisschen beschissen, dass der sofort gesagt hat, Attack. Aber ok. Irgendeine Waffe fehlt, ja, danke. Weiß ich, ob ich die Pistole gezogen habe, statt das Gewehr. Ok. Was ist der Monolith? Gib mal Info. Es schwebt, was ist das für eine Necromantie? Ok, wohin willst du so schnell? Gummischicht, Blaupause erhalten. Interessant. Ok, nett. Ähm. Dann gehen wir nochmal zurück. Das wäre besser gewesen, wenn ich mit denen irgendwie verhandelt hätte. Aber gut, sie haben mich angegriffen. So wäre eigentlich alle. Auch die gesamte Basis hat mich angegriffen. Deswegen mussten auch alle in der Basis sterben, damit ich den Loot mitnehmen kann. Das ist total wahr. Ja. 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 Deswegen kann man hier hin. Ist ja alles Notwehr. Und die Waffen sind natürlich dann die Entschädigung. In der Nachricht hieß es, dass diese Statue zum Leben erweckt wurde. Aber ich habe so meine Zweifel, ob das stimmt. Hier ist der Geister. Präventive Notwehr, genau. Also vorahnend den anderen zu erschießen, weil er droht einen zu erschießen in näherer Zukunft, macht natürlich total Sinn. Und da passieren manchmal natürlich so schweinische Unfälle. Das kann natürlich auch sein. Also eigentlich. Ich höre da links was. Aber ich renne wieder zurück zur Base. Haffe wegstecken. Ich frage mich was passieren würde, wenn man hier einfach alle angreift. Eine Gummi-Beschichtung können wir jetzt machen. Was das für ein Zeppelin ist? Ich glaube der dient zur Orientierung für die Leute in der Umgebung. Mit dem kann ich die ruhige Zone verlassen. Also die, wo wir jetzt gerade sind. Die Waffe ist total cool, aber ich habe viel zu wenig Muni dafür. Soll ich die eigentlich verkaufen, die ganzen Dinger? Für wen? Ich brauche und tue ich es bis jetzt nicht. Ich überlege gerade, ob die... Wenn ich die hier anziehe und ich ja ein bisschen Strahlungsschutz habe, ist halt meine Frage, schützt die Rüstung genug, um die hier... Also um das gegenzuleiten, ne? Oder baut sich jetzt gerade hier langsam Strahlung auf dadurch? Nein, es baut sich Strahlung auf. Baut sich auch jetzt noch Strahlung auf, wenn ich nur einen anhabe? Nein, aber Strahlung baut sich nicht mehr ab. Ich finde die Idee davon zwar cool, aber ich kann es nicht wirklich einsetzen. Weil die Strahlung mich sonst langfristig killt, oder? Obwohl ich sehe gerade, die baut sich anyway nicht ab, ne? Wir nehmen den einen mal mit hier. Der mich vor Blutung schützt. Mit einem Halbblutungswiderstand, das ist okay. So. Also raus aus der Zone. Sobald wir das mit den verlorenen Jungs geklärt haben. Ich habe mich um dich gekümmert und um die Leute gekümmert. Hier. Ich habe mich um dich gekümmert und um die Leute gekümmert. Hier. Ihr habt den Job erledigt. Ich habe mich über die Mastif's gemacht. Mastif's group wurde ausgesucht. Mastif's group wurde ausgesucht. Mastif himself wurde ausgesucht von Monolithien und dann wurde ausgesucht. Mastif's. 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 Ich habe mich nicht aufgesucht. 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 Aber ich habe mich über die Monolithien gesucht. Sie sind ein Monster, Skiff. Wenn ich mich über was, was sie gemacht haben, macht mich schreien. Die Gaffer hat sich über die Zylsie gegen Monolithien vor Jahren. Wunderlich. Sicher, du hast hier nicht so lange gewesen. Also du wirst nicht über das alles wissen. Aber die anderen, sie verstehen nicht. Ich sicher nicht. Okay. Eine decenten Besuch für dich. Kann sich nicht abbauen, wenn es in der Hosentasche ist. Ich höre nur Mi, Mi, Mi. Mi, 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 Mi. So. Will ich den noch upgraden? Oder mach ich den noch? Also die Pistole hat bis jetzt eigentlich verdammt gute Dienste geleistet. Und ich muss ehrlich sagen, zu einer Gewichtsreduktion. Das ist es jetzt. Dann kann ich noch mehr looten. Kugelgeschwindigkeit. 25. Panzerbrechen. Kann nicht installiert werden. Ja. Gar nicht übertrieben. Verbessere eine Waffe bis zum Maximum. Ja. Super. Damit haben wir die Pistole ordentlich upgrade. Könnte ich hier vielleicht noch den. Gewichtsreduzierung 30. Das. Mach ich mal. Zielgeschwindigkeit. Zielgenauigkeit. Nein. Module verringert die Streuung. Verringert. Strömung ist gar nicht wichtig für mich. Flachheit. Was, was, was ist denn Flachheit? Also. Geen Glück. Insofern. Ja. Okay. Ah, warte. Okay, so. Das bedeutet, wir sind hier gewichtstechnisch ein bisschen runter. Naja, so halb. Es ist denn so verdammt schwer, was ich alles, weil ich so viel Krimskrams dabei habe, ne? Also, wir machen mal was. Ich gebe mal ein Teil ab. Zwei machen wir mal. Hier die Hälfte, hier die Hälfte, hier die Hälfte, hier die Hälfte. Schrottfüllung-Munition brauchen wir gar nicht mehr. Das ist für die nächste Dings. Das ist MP. Nein, das ist die MP. Das wird die andere Pistole. Ja, und dann so viele Granaten sind zu viele. Sicher zu viel Verbandszeug. Jetzt sind wir gewichtstechnisch wieder in einem guten Bereich. Dann schmutz ich mal drüber. Dann machen wir auch mal schnell da, weil ich es sonst eh nicht brauche. Ich lebe eh von Wurst und Wasser und Brot. Dann wird die Sache beschlossen. Gut, let's go. Ah ja, wir machen ein Schläfchen. Ich bin gerne am Tag unterwegs. Ich glaube, die Strahlung geht langsam hoch, ne? Trotzdem. Da habe ich geschlafen, aber nicht mehr. Ich glaube, wenn sie blinkt, geht es hoch. Ganz, ganz langsam. Ich nehme den mal schnell wieder raus hier. Nein, tut das nicht. Ich habe keine Ahnung. Schlacht ist treffsicher, dass wie gerade das Projektiv liegt. Aha. Aha, aha, aha. Gute wissen, danke. So, wir machen uns auf den Weg ins nächste Gebiet. Ich denke, wir haben hier die wichtigsten Sachen. Ich meine, klar, aber das scheint ein Pass zu sein in die Richtung, ne? Da könnte man noch was holen. Das weiß ich nicht mehr. Was mich ein bisschen ärgert ist, dass er manchmal, also das zum Beispiel, die Mondfelder, die haben wir ganz klar erkundet. Aber er behauptet, wir waren nie da. Was gar keinen Sinn macht. Weil die Mission ja da stattfindet. In dem Quest. Aber ja. So, auf ins nächste Gebiet. Bip, 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 bip. Das ist so goldwert, dass ich mit dem, mit, mit, mit der Maus das Licht ausmachen kann. Ah, da war der Dings. Da haben wir die Waffe hergekriegt, die Distanzwaffe. Ja, da war der Dings Swiss. Das ist so goldémon. Oh Gott. Oh Gott. Oh my Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Manchmal klingt dieses Piepsen so wie dieses Piepsen von Alien vs. Predator. Also diese Geräte, dieses Piep, 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 also Bewegungssensor. Wenn sich ein Alien nähert. Nur ganz manchmal klingt das, ist genau dieses Geräusch. Und dann habe ich immer das Gefühl, oh Gott, es nähert sich irgendetwas. Genau, der Tracker. Lass mich mal schnell gucken. Wir kommen so gar nicht rüber. Das ist alles zu. Ach so funktioniert das. Jetzt kann ich durch das Fenster. Na ja, sobald ich haut. Verstehe. Der Tarrox, danke mal für den Stufe 2, Sam. Der Tarrox, danke für 48 Monate, alter. Ja, ganz ruhig. Der Tarrox, danke für 48 Monate, alter. Dankeschön, Mann. Wie den fetten, fetten, fetten Support. Ja, ja, ich weiß, dass der wieder auftaucht. Das beruhigt dich doch mal. Wie ein Schwein hier, ne? War ich in der Anlage eigentlich jemals? Nein. Ich kann das noch nachholen. Ich will jetzt ins nächste Gebiet. Ich will, halte. Nein, nein, da vorne links ist die Müllhalde. Ich verstehe. Okay, let's go. Das ist nur die Frage, wo zum Geier. Ja. Don't kill me, please. Shit, Shadka. Du hast ihn ziemlich gut gelegt da. Ja, sieht aus wie er es wird. Also, was machen wir jetzt? Wie findest du seinen Stash? Ich schaue seinen Pocken. F***, ein anderer Stalker. Was werden wir jetzt machen? Hey da, Stalker boy. Ich habe einen Job für dich. Easy peasy. Was ist hier passiert? Warum hast du diesen Stalker attackiert? Was ist hier passiert? Willst du ihn? Calm down, Fittker. Kannst du sehen, dass er einfach über seine Lieblingscheid ist? Wenn du uns helfen willst, wir lassen die kleine B***h gehen. Also, was muss ich machen? Wir haben einen Schreep gesehen. Er hat einen Stash in den Päckstein. Wir haben den Platz umgekehrt, aber haben wir nicht gefunden. Sie Stalker sind gut an diese Sachen. Findest du seinen Stash und wir werden die Lütze geschehen. Klingt gut? Fine. Aber ich bekomme halb der Lütze. Natürlich. Alsbald du die Lütze findest, bringst du es hier. Okay. Help! Hey! Not that big style! The one across for me. Der hier. Okay. Ich glaube, ich töte die Banditen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die mit mir halber halber machen, ist wohl eher nicht so da, ne? Ich würde sagen, der war smart und hat das irgendwo oben versteckt. Aber Sicherheitshalber fühle ich mich trotzdem mal schnell alles. Okay. Oh, der war's. Das war's für heute. noch nicht? Ich behalte mal schnell. Danke, Mann. Ich hätte mich so wie ein Zeug, wenn nicht für dich. Ich habe einen Stasch in diesem Pigsstai hier. Es ist alles deinem. Ich werde dir ein paar Koupons auch. Alles, was ich habe. Gerne. Alles, was du willst. Wie bist du eigentlich hier reingeraten, Mann? Sie fanden mich, ich glaube. Sie fanden mich, als ich auf den Stasch schaute. Sie haben mich auf mich benutzt. Warum hast du ihnen das Versteck nicht gezeigt? Warum hast du nur die Staschs gesagt? Wenn ich das, dann würde ich mich auf der Stelle töten. Es gibt nichts Wertes in mir. Selbst wenn sie mich nicht auf mich direkt, dann würde ich es später machen. All of sheer Sput. Ich versuchte mich für Zeit. Ich glaube, ich war für ein Miracle. Eine Art Divine Intervention von der Zone. Und im Endeffekt, das ist nur das, was ich habe. Ja. Sorry, sorry, sorry. Missklick. Raus. Danke. Danke. Okay, nett. Finde ich gar nicht so wert. Das haben wir theoretisch. Wir könnten theoretisch hier, ne? Die zwar kombinieren. Das ist eine, was ist das? Eine 045er. Das ist nicht so ein fettes Kaliber. Aber als Pistole zum Sneaken. Obwohl ich ehrlich sagen muss, wir haben gar kein Muni-Problem, ne? Ist es so, dass ich ja teilweise gar nicht alles an Munition mitnehme. Wegen dem Gewicht. Bababababa. Nicht in dem Schweinenstall, hä? Gut. Meine Herren, hat sich nicht gelohnt. Das liegt am Easy-Mode. Ich spiele doch auf mittlerer Schwierigkeit, Zonk. Das hast du schon ein paar Mal reingeschrieben, aber ich spiele nicht auf Easy. Ich spiele auf mittel. Da werde ich so sauer und da schiesse ich direkt in den Boden. Habe ich nicht verklickt. Half easy. Ich könnte mich doch alle mal einschalten. Ich könnte mich doch alle mal einschalten. Ja. what are you doing here? Oh Gott. Who the hell are you? Oh Gott. I know you're here somewhere. Bad timing, man. I am... ...verwehrt. Bad timing, man. Bad timing, man. Okay, ich hab das Gefühl, dass wir hier falsch sind. Wir gehen Richtung Gefängnis und hauen hier ab. Go, 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 go. Ich war zu lange in den Wohnfeldern. Ich bin wieder müde. Ja, genau. Wie läuft's bei Stalker? Gut, 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 gut. Wir haben viel Loot. Und viel Spaß. Da, also, wir müssen irgendwie zu diesem Gefängnis da hinten. Es scheint eine Anlage zu sein hier wieder. ... ... ... ... ... ... Oh, die werden von Schweinen angegriffen. Der schießt nicht auf mich, ne? Was für ein Geier war das? What the hell? Ich will zu diesem Gefängnis jetzt. Ich glaube, das ist ein neues Lager. Vielleicht auch nicht. Warum bin ich eigentlich hier? Sollte aber nicht weiter als ein Hand lang, aber er war ein bisschen... Ich bin schläfrig und alles, was ist eigentlich los? Das ist meine Wurst. Das ist meine Wurst. Oh! Ja, immer winzeln, aber vorher immer angreifen, ja? Das Gefechtnis ist ja eigentlich ziemlich guter Punkt, um ein Lager aufzubauen. Grundsätzlich. Die armen Hunde, die sitzen halt mal nicht so. Die haben sich selber in diese Lage gebracht. Die armen Hunde haben die gar nichts getan. Die greifen mich an, die beißen die ganze Zeit. Gesperrt. Müssen wir irgendeinen Schlüssel finden, vermute ich. Ich weiß nicht, was du hier machst, Herr Stalker. Ich weiß nicht, was du hier machst, Herr Stalker. Man kann niemandem vertrauen, die fangen mal damit an. Du kannst niemanden vertrauen. Eine bessere Frage wäre, was ich für mich ist? Fair genug. Also, was du willst? Geld? Nestor. Ja, ich weiß nicht, was du bist. Du kannst nur unsere Reise in der Hunde sein. Wir haben ein bestimmtes Interesse in der Basement unter der Factory. Und wir haben einen von Nestor's hideouten da, auch. Er hat eine sehr gute Archive. Und mein Gut sagt, mir gibt es ein paar Clüge da oben da, über seine heutige Worte. Aber wir haben ein Problem. Der Ward. Was willst du mit Nestor? Was willst du mit Nestor? Wir brauchen nicht den alten Mann selbst. Aber er ist wie ein Magpie. Er schützt alles, was nicht aufgelistet ist. Und ich würde gerne sehen, was er aus dem Lab in der Factory hat. Dokumente, Spezimente, du nimmst es. Warum? Warum nicht, dass ich deine Männer rette, warum? Ich bin wirklich so speziell. Na, ich kann einen Vorteil nennen. Du weißt nicht wirklich, dass du uns nicht. Worre Fall ist, dass du nicht die Wardens zu viel erzählst. Und sie sind Experten, dass die Menschen die Höhne rettet. Trust mir. Wer bist du? Du bist sehr diszipliniert für ein paar Lohners. Wer bist du? Du bist ein Schmerz, oder? Wir sind Spark. Wir haben uns die Wissenschaftler zu erinnern, die Mysterien der Zone. Aber jetzt die Zone ist in sehr gefährlich. Und wir stehen gegen diesen Gefahren. Der Ward. Ich will sehen, was ich tun kann, um deine Leute zu helfen. Du musst nicht in, wenn du siehst. Die Gebäude ist großartig und verletzend. Es gibt viele Möglichkeiten, um die Patröle und die Sicherheitsrechte zu erinnern. Die letzte Mal, dass meine Squadte kontakt hat, war in der Basement. Der Ort, dass du da bist, ist auch da. Ich schreibe dir die Labe-Axis-Code. Sie werden können in Hande. Okay. Ihr habt auch gehört, take my gun and everything else, hat er gesagt, ja? Also, ich kann die Pistole nehmen und alles, was sonst noch rumliegt hier. Das habe ich schon richtig gehört, nicht wahr? Das hat er schon so gesagt. Hat was genuschelt noch, ja, oder? Das meinte ich eben auch, wenn ich wissen, wie alt die Wurst ist. Irgendwas ist draußen. Genau so, ja, das eben. Entsperren, okay, ich komme hier nicht rein. Ist da ein gutes Daff drin? Ja, das ist mal halb, ne? Okay, warte mal fix. Ah, schwerer Schlüssel verloren. Hä? Ich habe den doch gerade aufgenommen, den schweren Schlüssel. Bin ich? Wo bin ich? Bin da rein, ne? Die viel wichtigere Frage für mich ist, wie weit geht es eigentlich noch hoch? Von hier kam ich. Also, okay, ich klinge ein. Nein, ich habe doch einmal aus, weil ich jetzt wieder klische rum congenwie storen. Ich gucke mich an. Ei, ich kann auch, wie weit 200 wo ich war. Also, es scheiße vor contaminerTat Name. Ah, seit neuestem schießt sie auf mich. Ne, cool. Könnte auch unter mir sein, oder? Wo ist das Misting? Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ah, sorry. Nein, ich wollte hier hoch. Geht dann hier rein. Gut mitzunehmen. Dann hier wieder rauszugehen. Super. Aber... Hab's gesehen, hab's gesehen, hab's gesehen. Mit dem, 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 wir haben's. Die Tür ist noch zu. Lüßig zu sehen, wie du damit umgehst und welche Verstecke findest und welche nicht überall zu deinem Streamer-Freund. Das musst du noch mal schreiben. Strahlung schwach, Wärmeschutz. Das ist ja nett, aber jetzt haben wir dir das gleiche Problem mit dem Strahlen gedöhnt. Also du willst schreiben, dass andere, die das Spiel spielen, mit denen ich befreundet bin, über, also als Streamer, die übersehen gewisse Sachen, die ich jetzt gefunden habe oder andersrum. Servus und macht Stalker Spaß nach 10 Stunden oder zieht sich schon. Oder wird das spannend, die Länge man spielt. Ich find bis jetzt wird's spannender, die Länge der Spieler. Wurde hier geöffnet? Ich kann also doch den schweren Schlüssel hier benutzen. Wir gucken nachher gleich schnell, wo wir auf der anderen Seite runterkommen. Das ist alles zu, ne? Oh Gott! Okay, einen Moment. Wir nehmen den trotzdem schnell rein, ja? Nur, nur so viel schnell. Du kannst jetzt von mir aus auch nicht schießen. Wenn du fertig bist. Ich dachte, der stoppt irgendwann, aber der stoppt nie. Ich sehe meine Lebenspunkte nicht mehr. Hallo? Danke. Okay. Andere Frage. Kann ich? Alright. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Oh mein Gott. Ist das ein Vieh? Ja. Ist es. Ist es. Ist es. Ist es. Ist wieder so ein Psyon Arsch. Elendes Mistgetöns. Dingsbums. Ich bin froh, dass ich das Dienst gefunden habe. Wo ist er hin? Ich bin froh, dass ich das Dienst gefunden habe. Ja, mach ich gleich. Nur in den Elenden. Wo auch immer hin ist. Killen. Und Blut, Blut. Ja, fliegen die Sachen wieder hoch. Ah, okay. Der ist ja nicht dicht. Ja, Mann. Hilder. Talky walky. Du Schlüssel. Hast du gefunden ein Artefakt, ich verwende? Naja, ich habe gerade eins gegen Feuer gefunden. Das ist oben auf dem Dach, hier in diesem Gebäude. Und das fand ich jetzt gerade recht nützlich. Ich kann sich ja denken, warum. Stream is on fire, oder wie ging das Lied? Ja. He's on fire! Okay. Okay, wir haben wieder... Ja, die Entdeckung vor der Emission. Es ist nicht wieder so weit, dort. Jetzt ist die Kacke wieder am Dampfen draussen, Alter. Kann oben nicht drüber, ne? Ist es so, dass ich jetzt den Schlüssel habe hier für erst mal? Ist jetzt alles meins, meins, meins. Meins, meins, meins. Mann! Da werde ich aber, ne? Das war der, der noch zu war, ne? Aber hat er ja nicht noch einen anderen, wo noch ein Schlüssel war? Ja, bieb, 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 ich weiß. Superböser, alles gemein. Ich meinte, die hatten noch einen anderen, der zu war. Da draußen ist auch nichts, was ist das für ein Ort? Ich denke, es ist unter Lock & Key. Ich denke, da ist etwas unten drin. Hat Serpentine gesagt, dass er die Kacke gefunden hat? Ich denke, dass er sie irgendwo auf dem Grundfluss schickte. See you! Viel Glück! So, wir sind hier unten durch, ne? Wir haben alles. Glaube ich. Das ist jetzt nur die Frage. Müsste zurück. 2, 6, 0, 5. Wir gehen in der nächsten Folge da rein. Also für euch auf YouTube, auf Twitch geht es ja in der Regel direkt gleich weiter, ne? Das ist ja das Schöne, wenn man es live guckt. Irgendwann muss ich auch gebürt... Müsst ihr eigentlich mal wieder rausnehmen, ne? Irgendwann muss ja auch mal Pause sein. Das ist cool, ne? Also... Kann es sein, dass sie ein bisschen besser ist? Warte mal schnell. Es ist der gleiche Muniz... Ach so. Es sind nicht die gleichen Pistolen. Ich habe die Skiff aufgegradet. Die ist ein Ticken besser. Aber es hat gleicher Schaden... Reichweite... Ja, das ist halt, weil ich sie abgegradet habe. Gut. Like und Kommi, wenn ihr es auf dem LP-Channel guckt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Eine Sekli... Ich bin allerdings rein. Weil ich dir eine andere Krise im конце clashen